Hey, hey, hey! Heute aus dem Hause Game Factory, das Spiel Clask. Wie ihr schon seht, ist es ein Spiel für zwei Spieler, denn sie sitzen sich gegenüber und müssen unter dem Tisch durch Magneten ihre Spielfiguren bewegen. Dabei ist Ziel, oder eins der Möglichkeiten, Punkte zu machen, diese gelbe Kugel durch geschicktes Spielen in das gegnerische Tor reinzubekommen. Wäre eine Möglichkeit, Punkte zu machen, andere Möglichkeit ist auch, wie ihr schon seht, es gibt drei kleine Punkte in der Mitte, diese sind magnetisch. Halten an euren Spielfiguren. Habt ihr zwei an euch, hat der Gegner auch einen Punkt. Dann könnte noch das Problem sein, dass ihr, dadurch, dass es halt nur magnetisch verbunden ist, wenn ihr zu schnell spielt, kann sich diese Figur lösen. Habt ihr keine Möglichkeit, weil sie irgendwo hier rüber geschlittert ist, sie unterm Tisch, dadurch, dass es in der Mitte begrenzt ist, sie wiederzuholen, hat der Gegner einen Punkt. Und sollte es passieren, dass ihr in euer eigenes Tor reinrutscht, hat der Gegner auch einen Punkt. Also vier Möglichkeiten, Punkte zu machen. So, dadurch, dass ihr auf so viele Sachen achten müsst und dann natürlich noch mit der Kugel rumschießen müsst, ist es ein sehr, sehr schnelles Spiel, wo natürlich eine einzelne Runde, um einen Punkt zu gewinnen, sehr, sehr schnell vorbei sein kann. Ich fände, es ist ein richtig tolles Spiel. Desto mehr man übt, desto besser wird man natürlich auch und desto mehr Spaß hat man daran. Also ich kann von mir aus nur sagen, ich spiele es super gerne. eine Menge Pfeil jetzt noch ja sehr viel Turnbull. Ich sch Explosich Da ist so viel 그 Haus.